Moin und willkommen bei Gratwerk Pfalz. Heute geht es um diesen Bügel hier an der Gabel der Zünder 510 Sportkombinette KS. Doch bevor wir damit anfangen noch eine Kleinigkeit. An dieser Stelle waren Plättchen aus dünnem, beigem Plastik aufgeklebt. Die Maße dazu findet ihr in der Beschreibung. Wie man sehen kann, ist der Bügel von dem Bremszug, der hier durchgelegt ist, komplett durchgescheuert gewesen. Der Draht, aus dem der Bügel gemacht war, hat den gleichen Durchmesser wie Schweißdraht. Darum nutzen wir einen solchen auch, um einen neuen Bügel zu fertigen. Zuerst wird ein Ende plattgeklopft. Dieses Ende wird im Schraubstock eingespannt und der Draht wird um 90 Grad gebogen. Die zweite Biegung haben wir im Original abgenommen. Auf diese Höhe im Schraubstock eingespannt und mit einem Stück Aluminium von 10 mm umgebogen. Wie man sehen kann, passen die Biegungen schon sehr gut. Dann ebenfalls die Position der nächsten Biegung am Original abnehmen. Draht an dieser Position einspannen und auf ca. 45 Grad biegen. Dann bei ca. 15 mm im Schraubstock einspannen und rumbiegen, bis diese Seite gerade zur anderen Seite steht. Den Draht kann man an der richtigen Stelle mit einer Beißzange ablenken und ebenfalls mit einem Hammer plattklopfen. Die Masse habe ich vorher abgenommen und danach auf die verschliffene Fläche übertragen. Der Bügel war original punktgeschweißt. Das können wir aber nicht machen und darum haben wir uns, um den Drahtbügel nicht zu beschädigen, für Hardload entschieden. Da weniger Hitze vonnöten ist und der Bügel so nicht schmilzt. Wie ist die Masse? Die Masse ist die Masse, die Masse, die Masse, die Masse und die Miezen befindlichen. Die Masse ist wie ein Engelstrasse. Untertitelung des ZDF, 2020 So sieht das Ganze dann nach dem chemischen Entlacken aus. Das Entlackungsbad schadet dem Hartlug nicht und der Bügel ist fest an der Gabel. Aber davon mehr im nächsten Video zur 510er Gabel. Denn das war es dann wieder für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und weitergeholfen. Lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da und bis zum nächsten Mal bei Gratwerk Falls. Bis zum nächsten Mal.